Mit uns ist eine Verlagerung der Kosten für den Atommüll auf die Bürgerinnen und Bürger nicht zu machen. Wir sind jetzt hier gerade im Kalifnechthaus mit einer Wahlkreisfahrt von Hubertus Debel und haben uns jetzt die letzten Tage bis in Berlin angeschaut, haben verschiedene Besuche gemacht. Schwerpunkt war Aufarbeitung des Faschismus. Wir haben das KZ Sachsenhausen, die Gedenkstätte, haben dort sehr eindrückliche Schilderungen bekommen von den Leiterinnen der Gedenkstätte. Und das war eigentlich ein sehr interessanter Punkt für uns als Partei, weil wir auch sagen, wir wollen jetzt auch das Erbe des Antifaschismus weitertragen, weil mit dem Aufstieg der AfD. Ja, und dann hatten wir noch ein paar andere Besuche. Wir haben den Bundestag besucht. Und die Gruppe war total nett und ich denke, das kann man auf jeden Fall noch mal wiederholen. Hier im Konzentrationslager Sachsenhausen sind von 1936 bis 1945 mehr als 200.000 Menschen inhaftiert. Und die SS hat das auch. Gerne aufgegriffen, nämlich neuankömmlich im Lager, haben sie oft gesagt, es gibt einen Weg zur Freiheit, aber nur durch diesen Schornstein dahin, also durch den Schornstein des Krematoriums. Das war eine übliche Begrüßung hier. Und das zeigt auch ein bisschen die Rolle, die die SS hier eingenommen hat. Und das war eine übliche Begrüßung hier im Lager. Und das war eine übliche Begrüßung hier im Lager. Und das war eine übliche Begrüßung hier im Lager. Man hatte uns drei Blocks zugewiesen. Die Baracken 37, da drüben 38 und 39. Die Häftlingsbaracken oder Blocks, wie sie auch genannt wurden, waren alle nach dem gleichen System gebaut. Jede Baracke war in fünf Teile gegliedert. In der Mitte des Ganzen befand sich ein Wasch- und ein Toilettenraum. Im Waschraum gab es zwei Schüsseln mit einem Durchmesser von 1,50 Meter, die mit einer Vorrichtung für fließendes Wasser versehen waren. Vor diesen Schüsseln mussten sich acht bis zehn Gefangene gleichzeitig waschen. Links und rechts an diese beiden Räume schlossen sich die sogenannten Flügel A und B einer jeden Baracke an, die die Mannschaftsräume darstellen. Zunächst kam der sogenannte Tagesraum. An den Tagesraum schloss sich ein ungefähr 100 bis 110 Quadratmeter großer Schlafraum an, der für 60 bis 70 Personen Platz bot. Wir Polen wurden aber zu etwa 130 Mann auf dieser Fläche zusammengetrennt. Im September 1941 findet eine Massenmordaktion statt. Mit einer Genickschussanlage verborgen hinter einer Messlatte. Über 10.000 sowjetische Kriegsgefangene werden so umgebracht. Tagelang ist der Himmel dunkel vom Rauch aus dem Krematorium. Im Mai 1942 findet auch die erste öffentliche Hinrichtung am Galgen statt. Auf dem Appellplatz, vor allen Häftlingen. 1942 wird die Station Z in Betrieb genommen. Ein Vernichtungsbereich mit Erschießungsgraben und Genickschussanlage. Mit einer Gaskammer und mit vier Krematorien zur Verbrennung der Tunkel. Der Buchstabe Z, der letzte im Alphabet, steht hier zynisch für die letzte Station der Opfer. Das Hexentreiben einer Walpurgisnacht des 20. Jahrhunderts. Ich übergebe dem Feuer die Schrift von Karl Marx und Tauke gegen die Katzen. Die Organisation und das Spiel ist jetzt wichtig, sonst kommt es zu Gewalt. Da sterben unsere Mitglieder, das wollen wir nicht. Und wir sagen jetzt allen unseren Mitgliedern, seid ruhig. Und der Spuk geht vorbei. Und genau, dann ist es irgendwann halt bald vorbei, der Spuk. Und wir sind ja gar nicht politisch. Wir haben ja gar nichts mit der SPD zu tun. Wir sind ja für Arbeitsbedingungen. Und so hat man versucht, die Organisation der Gewerkschaften zu retten und als unpolitisch darzustellen. Und das wurde dann eben bitter bestraft, nach dem 1. Mai und nach dem 2. Mai. Und die sind auch nicht in der Lage, dieses System über Länge oder Zeit durchzuhalten. Ja genau, klar, ganz wichtig, genau. Die sind sehr aktiv, die hießen leninistische Organisation, aber die beiden damit eigentlich von unten eine Massenbewegung aufbauen und sich zusammen organisieren, aber halt auch wirklich was machen. Und die haben aber geschaut, ey, bei Mussolini, das geht nicht mehr. Wir müssen uns schützen, wir müssen uns besser vorbereiten. Aber das waren sehr wenige Stimmen, die dazwischen waren und die anderen haben gedacht, wir ziehen unser Ding durch und irgendwann sind wir dran. Das ist die Tragödie, deswegen haben wir Bücher gebracht und dann in vielen anderen Städten danach auch. Weil die Studenten von hier, die haben dann so einen kleinen Ratgeberschritt geschrieben, die macht man so eine Bücherverbrennung und das haben viele andere dann bekommen. Wobei Münster, wir können mal, ja, vielleicht als Ergänzung, weil die meisten sind ja aus Münster. In Münster war das schon durchdacht und auch nicht initiiert. Das war nicht auch Berlin als Zentrum, sondern Münster war in der Bücherverbrennung einer der Geburtsstätten davon. Die haben Anfang Mai einen Schandpfahl gegenüber vom Fürstenberghaus auf dem Sohnplatz aufgestellt, wo sie die Bücher vorher angeprangert haben und sind dann in die Buchhandlungen gegangen. Und die Buchhändler haben ihrerseits die Bücher dann abgeliefert, die sind mit LKWs, oder die Studenten und die Nazis sind mit LKWs durch die Stadt gefahren und haben die Bücher eingesammelt. Und dann anschließend auf dem damaligen, noch nicht Hindenburgplatz, sondern Neuplatz, später Hindenburgplatz, heute Schlossplatz, dann ein großes Feuer mit Bücherverbrennung gemacht. Also das hat auch was direkt mit der Münsteraner-Situation gemacht. Das war dann die letzte Rede und der NSE-Film mit... Das war dann die letzte Rede und der NSE-Film mit... Das war dann die letzte Rede und der NSE-Film mit 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 der NSE-Film. Das war dann der NSE-Film mit 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 der Reste tragedie überスト tutto über synthetic undymm Corduck, aber auch nicht ngert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017